Guten Tag, hier spricht euer Peter Gimm und los geht's. Ich fühle mich geehrt, gegen einen echten Dränger zu kämpfen. Gib nur das Zeichen. Sehr wohl. Für Ragnar Lothbrok, den wahren König von Lothwäge. Für Ragnar, für Ruhm, für alle Drängir erhebe ich meine Klinge. Dein König und Wagemut ehren mich. Das ist alles, was zählt. Du verfluchter Scheißer! Du bist ein echter Dränger. Ragnar hätte dich gemocht. Okay, wir hätten den Händen hingekriegt, Leute. Ein gebührendes Ende nach ehrbaren Kämpfen. Gut. Nun werde ich meinen Bruder wiedersehen, der den Tod ins Auge lachte. Die Geißelt Englerlands, Ragnar Lothbrok. Lebe wohl, Dränger. Tausche den Hufschlägen und folge der Walkür hier nach Haus. Okay, dann bestätigen wir mal den Tod. Oha. Okay, Leute. Wir haben den Dränger ein bisschen gerätseln. So, Leute. Ich spüre da was zu sagen. Wir tragen ihn ans Feuer, Leute. Wir tragen ihn da vorne ans Feuer, da, hier genau da, wo der Brief ist, den ich trage, Leute. Da ist er ein bisschen gewärmt und so. Und so können wir es machen, Leute. So würde ich sagen. Und dann müssen wir hier da oben, damit es dauert, bis wir da hochkommen. Und jetzt geht es halt. Reisen wir wieder nach Englandland, Leute, würde ich sagen. Und dann reden wir mit, oh, oh Mann. Dann schauen wir mal, was wir jetzt machen, ne? Bin ich mal gespannt, was jetzt passiert, Leute. So würde ich sagen. Lass mal gucken, was wir noch hinmachen jetzt, Leute. So würde ich sagen. Mal gucken, was wir jetzt noch machen. Jagen wir ein bisschen. Gucken noch, ob wir noch ein paar Missionen. Fischen könnten müssen wir mal. Und jagen, ähm, noch mal jagen. Raubzüge jetzt muss man dann langsam wieder machen, dass wir mal wieder ein bisschen unsere Sache hochpushen können, Leute. Flöster müssen wir rauben, dumm. Und mit unser Rad, wie, äh, wie, eigentlich sozusagen die Stadthalterin dieses, äh, der Ersiedlung. Wie, äh, die Stadthalterin von diesem, äh, der Ersiedlung. So, die Stadt, mit der Stadthalterin, müssen wir jetzt ja reden, äh, ich glaube, mit der redet man jetzt noch. Und dann, äh, können wir ja noch mit Sigurd, äh, ob man dann zu Sigurd gehen, oder, äh, noch gucken, was man macht. Da geben wir aber erstmal die Missionen mal ab, Leute. Also, die eine, weil wir die erste Verbündete haben, wir schon mal. Nur leider haben wir, äh, leider, ja, das Problem ist, wir haben halt auch einen Fehler gemacht. Wir haben den Falschen geopfert, so gefühlt. Wir haben den Falschen geopfert, getötet gefühlt, Leute. Ja, das ist halt das Problem. Was für neue Materialien er wieder hat, bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt, was er für neue Materialien hat, Leute. Vielleicht hat er ja was Gutes. Okay, wenn ich das halb des Wund, okay. Na, gut, weil ich hier rieche, okay, 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 okay. Okay, da war die Tür riechen, weil die Tür in Stiefen noch hat, Kild gewollt, okay. Und, ne, ne. Mal gucken, was ein Vertrag ist. Hast du was Neues für mich? Dieser Auftrag ist nicht nur gut bezahlt, sondern wird auch Spaß machen. Wahrscheinlich. Mhm. Okay. Okay, uh, tägliche Quessl. Wahrscheinlich ist das Ziel schon tot. Aber sieh mal nach, um sich keine Eile, aber früher ist immer besser als später. Es sei denn, du bist das Opfer. Okay, dann schauen wir mal, was das, was das finden soll. Auf Wiedersehen. Hallo, Ava. Bin ich mal gespannt, Leute, bei deiner Quess, Leute, mal Quess. Schauen wir mal, was das für Quess ist. Ah, ich bin das, was das für Quess. Wie ist das, was das für Quess. Wie ist das für Quess. Ah, holl ich. Und dann kann man halt's bei der Frage mit, bis dasérerstehre ting. Ah, da drüben hin müssen wir, okay. Okay, dann hätte ich fast sagen, können wir auch die Quäste anmachen. Weil Verträge müssen wir ja auch machen, wir müssen ja zehn Verträge machen, Leute. Wenn man die zehn Verträge gemacht, dann haben wir ja auch was. Dann bin ich mal gespannt, was man... Wenn wir die Verträge machen, so bin ich... Das sind ja drei Quests, können wir ja heute machen. Das heißt, wenn wir die drei Quests machen, haben wir ja schon fast die halbe Miete, Leute. So können wir ja immer die halbe Miete fassen, oder? So, das ist zwar... Ja, das ist ein langer Weg, aber wir können den schaffen, Leute. Und wenn wir hier Eisen haben... Wenn wir eh hier Eisen haben, dann können wir ja das Eisen gleich finden, Leute. Also würde ich es mitnehmen. So können wir es mal machen, wenn wir die Eisen eh in der Nähe sind, Leute, würde ich sagen, können wir sie ja mitnehmen. Ja, weil wir brauchen ja für unsere Malspause, für unsere Rüstung, die wir abgewählten wollen, brauchen wir. Und das müssen wir ja alles... Das müssen wir ja, wir müssen ja... So müssen wir es ja machen, wir brauchen ja Rüstung, Material und alles, Leute. Ich bin mal gespannt, was das für... Was ist, wenn wir die Verträge fertig haben, Leute. Was wir da kriegen, wenn wir... Wir müssen ja zehn Verträge erledigen, Leute. Was dann passiert, wenn wir die Zehner gepackt haben, Leute. Bin ich mal sehr gespannt, Leute. Auch schon heftig, dass man aber mit dem Wolf hier umrennt. Muss man ja schon sagen, dass man mit dem... Wo sieht man denn jetzt gerade an? Okay. Ah, da oben ist das... Ich glaube, da oben ist noch eine Nebelmission vielleicht. Könnte auch sein... Weil Weiße sind ja eigentlich auch Nebelmission eigentlich. Wenn wir eh hier sind, Leute. Ah, das ist eine römische... Ah. So, jetzt holen wir uns Stände. Lass mal acht die... Lass mal hier alles uns so viel wie möglich hinkriegen, Leute. Oh, jetzt gehen wir mal in der Nähe, Leute. Bin ich mal gespannt, ob... Wie der Kampf ist, oder was es für ein Kampf ist. Töte das Ziel. Okay, wir müssen... Wir müssen einen erledigen, okay. Und von denen müssen wir zehn... Neues Gebiet. Oh, wir sind in einem neuen Gebiet. Oh! ... Kloche, dann schmalau. precies und blockieren schmal da, oder? Und Mal gucken, ob wir gegen den Besikt... ...ö.. ob man den schaffen, Leute. Ich hoffe wir gegen den gewinnen können. Die Sache speichern wir sicherheitshalber. Wir wissen nicht mehr, wenn wir das Problem haben. Da drüben ist er. Ah, das sind die zwei Leute, die wir erledigen müssen. Oh, okay. Ging aber echt schnell Leute, das ging aber schnell Leute. Muss man sagen, der Kampf ging richtig schnell Leute. Ah, und da kriegt man Opale. Okay, da kriegt man die Opale da. Ja, 4, 9. Okay. Uh, 250. Uh, die Quester tat, die wird schwierig. Und da kriegt man richtig 150. Schauen wir mal die Mission, wo ist die Mission. Okay Leute, wir gucken uns einfach. Wir gucken einfach ob wir die Quests hinkriegen. Wir werden die Anna ja auch hinkriegt. Das wir alle so zu sagen. Wir haben sie ja hinkriegen bekommen Leute. So muss man das ja sagen. Und dann, wenn wir eh hier in der Nähe sind, können wir die Schnellreisepunkte eh machen. Würde ich sagen Leute. Wenn wir eh in der Nähe sind, mal gucken ob die, ob das auch so ein 250 könnte schwierig werden. Leute, glaube ich. Aber wir gucken mal Leute. Wenn man's schaffen, schaffen macht werden. So muss man's sagen, wenn man's schaffen, schaffen macht. Wenn man's nicht schaffen, schaffen machtmelde. Etwas? So müssen wir's sagen, wenn wir's schaffen, schaffen wir's, wenn's nicht, dann soll's halt nicht so sein. So, so würd ich sagen, wenn wir's packen, dann haben wir's, wenn nicht, dann haben wir's halt nicht mehr. Schauen wir mal, Leute, ob hier irgendwas ist, Leute, wenn wir's so reinkommen, können wir's ja rein... Ich darf ja nicht erwischt werden. Okay, wir dürfen nicht hier rein, ne? Ja, Leute, wir dürfen noch nicht da rein, ne? Ein wenig zu gefährlich zur Zeit, Leute, noch zu gefährlich für uns. Dann würd ich sagen, reißen wir weiter, Leute. Reißen wir dahin, zum nächsten Gebiet, soweit ist es ja nicht mehr, ne? Ist in Ordnung. Mal gucken, wie stark der ist. Wie stark der ist. Ich laufe hier. Möge Tor dich segnen. Klar doch. Alter, wenn wir, wenn wir hier einen freuen, hoffentlich überle... bleibt da frei, Leute. Hoffentlich bleibt da frei und wird nicht noch mal wieder, äh, ähm, gefangen. Genau, aber wir müssen irgendwann wieder ihn retten. Das ist das andere Problem, Leute. Aber, Leute, ich würde sagen, wir machen für heute wieder Feierabend. Somit sagt für heute euer Peter Gaming. Tschüss. Bis dann. Und Petri, bis sehen.